Ich bin der Ram und heute cast ich für euch ein weiteres 1 vs. 1 dieses Game zwischen Remind und Yumiko. Yumiko mit Yumeno unterwegs startet unten rechts und Remind, das gibt auf jeden Fall einen neutralen Helden, startet mit Nachtelf von oben links. Die beiden spielen auf der Map Terena Stand und hier sehen wir schon den Scout-Footie und ja, ein sehr später Altar und das bedeutet halt, dass es einen neutralen Helden gibt. Den kann man sich dann in der Mitte der Map in der Taverne holen. Hier unten beim Human gibt es den Mountain King, ziemlich standardmäßig auf Terena Stand. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wen es hier gibt. Den Panda! Panda First gegen Human, das ist natürlich geil. Freue ich mich schon sehr drauf. Drunken Haste, dann Brass of Fire und ja, die Human Armee, vor allem die Caster und die Foodies schmelzen einfach so dahin bzw. verbrennen. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob die Taktik aufgeht. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, Panda First. Selbst habe ich sie auch vor einer Zeit gespielt. Ist schon ein extrem starker Held. Ulti, vielleicht sogar die stärkste im Spiel. So, hier sehen wir den Foodie, der hat geguckt, ob er hier ein bisschen was abgreifen kann, aber keine Chance. Oh, da weiß ich nicht, ob die Erfahrung... Wenn ich mich nicht total irre, hat den Last Hit der Urturm des Krieges gemacht und somit ging einiges an Erfahrung verloren. Man. Mantel der Schattenmantel, der Intelligenz und Zauberstab des Mana-Stehlen hat der Mountain King gefunden. Der Panda einen großen Heiltrank. Richtig gut für den Panda. Auf jeden Fall bzw. für jeden Helden eigentlich. Mountain King macht die Expansion frei mit Militia. Was haben wir hier noch? Ring of Protection plus 4. Kommt da nicht mehr ganz dran. Hat sich oben jetzt einen Söldner geholt. Will mit dem wahrscheinlich in der Basin ein bisschen harassen. Panda verliert hier viele Hitpoints. Und da kommt der Foodie, der scoutet das jetzt. Wenn der Mountain King jetzt einen Staff of Teleportation hätte. Euer Gebäude ist fertig. Oh, schnell zum Shop. Hol dir einen Staff. Dann hoch zum Foodie und dann fällt der Panda. Hier sehen wir ja die Jägerhalle. Tech ist zur Hälfte durch. Mountain King ist shoppen gegangen. Ne, hat glaube ich auch ein bisschen was verkauft. Hier sehen wir den ersten Tower. Und die Expansion wird hochgezogen. Also Fast Axe beim Human. Hier wird weiter mit dem Urturm des Krieges gecreept. Hat auch nur zwei Archer gebaut. Das ist ziemlich wenig. Also wird es hier nicht ein Mass Archer geben, sondern, ja, eventuell Bären. Und der Mountain King will Harrison. Hier sollte ebenfalls die Counter Expansion hochgezogen werden. Oh, der Urturm des Krieges muss fressen. So, frisst jetzt ein paar Bäume und teilt sich gegen. Der Panda hat den Staff of Teleportation. Da wurde die Echse abgebrochen. Der Panda hat sich runter teleportiert. Oh, und da habt ihr es gesehen. Böse Brass of Fire. Hat natürlich auch noch genug Mana für den zweiten. Ja, mit dem Mantel der Schatten unsichtbar. Aber der Mountain King hat ihn aufgedeckt. Nächste Brass of Fire. Und genau das war es, was ich meinte. Mountain King hätte den Panda fast noch bekommen. Hat es aber geschafft, sich raus zu supporten. Aber ihr habt es gesehen. Zweimal Brass of Fire und die ganzen Arbeiter, ja, sind Geschichte. Hier unten wird noch ein bisschen mit den Spiegelbildern geharrasht. Macht natürlich nichts, aber die Echse hat er trotzdem durchgekriegt. So, was ist los? Panda eingeschlafen hier, oder was? Clarity Potion genutzt können... Achso, er will warten, bis das Mana aufgetankt ist, damit er die Mondbrunnen halt komplett fürs Leben nutzen kann. Euer Gebäude ist fertig. Yumiko hat sich hier erstmal den Goblin-Schredder geholt. Kauft fast nur bei den oberen Shops ein. Und der Panda creept weiter. Und bei Yumiko läuft die Expansion jetzt schon. Oh, Urturmbeschützer gebaut. Ja, wird allerdings gleich attackiert. Hatte ihn gesehen. Mit dem Goblin-Schredder. Oh, der Brass of Fire, der ging mal voll daneben. Das geht besser. So, ja, ich wollte gerade sagen, er muss ihn einwurzeln, dann hält er noch ein bisschen mehr aus. War dafür allerdings zu spät. Der Brass of Fire war schöner. Holte sich erstmal den Söldner. Hier fällt auch der Priest. Ja, und den Fruity wird er auch bekommen. Doch nicht. Zu nah an den Tower. Ah, großen Heiltrank genutzt. Und Level 4 erreicht. Oh, 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 der Panda, der wird gefährlich. Jetzt schon Level 4. Hat allerdings überhaupt kein Mana. Boah, macht aber trotzdem mehr als genug Schaden. Ah, der Fruity stirbt jetzt auch noch. Das ist verdammt ärgerlich hier für Yumiko. Level 4 jetzt aber auch für den Mountain King. Panda muss ein bisschen aufpassen, aber nur ein bisschen. Den nächsten Söldner gekillt. Jetzt auch die ersten Triaden am Start. Die slownen natürlich. Yumiko hat sich jetzt auch diesen Doppelkopf-Troll geholt. Ne, Doppelkopf-Oga. Ja, und? Forschung abgeschlossen. Ja. Unsere Krieger greifen den Feind an. Unser heiliger Hain wird entweiht. Unser Held ist gefallen. Ei, Kalamba. Das durfte jetzt natürlich nicht passieren. Level 4 hält ziemlich teuer. Ja, und jetzt kann er sich überlegen, ob er ihn sich an der Taverne wiederholt. Würde ich ihm wahrscheinlich sogar raten. Oder ihn ganz normal im Altar wiederbelebt. Und jetzt mit dem Staff of Teleportation der Mountain King bei der gegnerischen Expansion. Ja, kann das hier auch nochmal abbrechen. Wieder durchwurzelt. Und wieder abgebrochen. Oh, das kostet alles Zeit. Ja. Da wollte der Panda ein wenig zu viel bei der gegnerischen Expansion. Und das kommt dann bei rum. Hätte er sich lieber ein bisschen früher zurückziehen sollen. Ja, der Mountain King kann hier allerdings auch nicht viel machen. Ist jetzt auch noch geslowt durch die Triade. Wird geblockt von dem Archer. Macht das sehr, sehr schön. Ja, der muss gleich porten. Würde ich ihm eigentlich auch jetzt schon zu raten. Ja. Dass er nicht mehr so viele Hitpoints verliert da oben. Der Schläfer ist erwacht. Der Schläfer ist erwacht. Ihr habt es gehört. Das heißt, der erste Bär ist unterwegs. Der erste Bär ist unterwegs. Tag auf Tier 3 ist auch durch. Und somit wird es gleich Masterbären geben. Ganz normal hier als Klauen-Droiden. Oder Krallen-Droiden. Na egal, ihr wisst, was ich meine. Sind die nicht besonders stark. Können zwar auch Gebrüll, Verjüngung. Aber richtig stark werden sie erst als Bären. So, na, ein bisschen Micro. Jawohl, dieses Bild mit der Triade. Oha, ein Mana-Trank für den Panda. Das ist natürlich was Besseres. Das kann man sich gar nicht wünschen. Und, na, geht er wieder auf die Echse los. Mountain King Harrest hier auch eine Runde. Mit dem Goblin-Schredder. Oberstes Ziel, also wirklich Gebäude einzureißen. Ja, jetzt auch der Zeppelin Furry Mind. Und auch hier der böse Harris. Ja, Breath of Fire erging. War so semi-gut. Hätte ein bisschen mehr durch den Tower, sag ich mal, auf die ganzen Arbeiter rauen können. Das Mana reicht aber noch für den zweiten Breath of Fire. Und da geht wirklich viel down diesmal. Ja, Yumiko auch zurückgekommen. Hat jetzt auch den Bloodmage am Start. Natürlich wegen dem Mana-Steel. Der Panda ohne Mana auch nicht so wirklich stark. Also ist wirklich ein sehr Mana-lastiger Held. Da gibt es eine Verjüngung. Und das Gebrüll. Also alles erforscht. Noch ein Breath of Fire. Ja, und auch der hat wehgetan. Panda ja auch ein Held, den man gerne Solo spielt. Also als Solo-Hero. Nächste Breath of Fire. Jetzt ist das Mana allerdings aufgebraucht. Da kommt der nächste Bär. Die Echse läuft natürlich. Und ja, Yumiko. Also der Human-Spieler muss sich langsam ein bisschen was einfallen lassen. Da kommt endlich der erste Spellbreaker. Will dann wahrscheinlich noch Mortar-Teams. Noch ein paar Militia rübergezogen. Und ja, es gibt Maß Bären, wirklich. Freue ich mich auch, dass wir nicht, wie in letzter Zeit andauern, nur Tier 1 Units beim Nachtelfen sehen. 1, 2, 3, 4 Bären dabei. Und Yumiko hat noch nichts wirklich, was er dem entgegensetzen kann. Ja, einen zweiten Helden jetzt. Da kommt noch ein Spellbreaker. Mountain King muss langsam auch schon ein wenig aufpassen. Panda jetzt Magie-Immun. Ja, Mountain King sollte mal ordentlich shoppen. Heiltrank, Mana-Trank. Und dann gib ihm. Oh, hier, wie viele das sind. Donnerknall gesetzt. Ja, der angeschlagene Bär hier. Verjungen drauf. Der wird aber gleich rausgestufft, denke ich mal. Nein, ging nicht. Wahrscheinlich. Oh, und dieser Breath of Fire. Na, der nächste Bär angeschlagen. Bist du verrückt. In der aller, allerletzten Sekunde rausgestufft. Mountain King. Jawohl, einen Heiltrank genommen. Nochmal einen Bären gekillt. Er muss repairen. Er muss die jetzt auf jeden Fall halten. Der Paladin jetzt auch da. Oh, und wenn die Echse nicht fällt, wonach es jetzt aussieht, oder? Dann sehe ich mit einmal Yumiko wieder ziemlich vorne. Na, aber der Panda jetzt Level 6. Ja, kriegt auch die Echse. Somit hat sich das erledigt, was ich gerade gesagt habe. Vorteil weiterhin beim Nachtelfen. Auch wenn der Mountain King jetzt mit Level 5 auch richtig stark ist. Aber ein Level 6 Panda ist halt eine Hüllenmaschine. Ja, erstmal Clare... Was für ein Wort. Die Clarity Potion genutzt. Um das Mana wieder aufzufüllen. Und ja. Die Echse bei Remind läuft, während die von Yumiko brach liegt. Die muss erstmal neu wieder aufgebaut werden. Hat hier auch keine Arbeit am Holz, die er noch überschicken könnte. Ja, hier in den nächsten Creepspot hat jetzt zwei Goblinschredder sogar dabei. Und den ersten Knight. Gut, Knights gegen Bären, nicht schlecht. Und er reißt wieder die Expansion ein. Jetzt will er es über den Goldvorteil machen. Und natürlich über das Heldenlevel. Ich hoffe, wir sehen gleich die Panda-Ultimate. Da gibt es den ersten Mountain Giant. Wichtig halt für den Spott. Und jetzt braucht Yumiko wirklich viel, viel mehr Knights. Er sollte sich ganz, ganz schnell zurückziehen. Nicht den Fight suchen. Ich glaube, da hat er keine große Chance im Moment. Hat hier zwei Werkstätten gebaut. Ich weiß gar nicht wofür, ob er vielleicht mit Mustangs eine Runde leben wollte. Donnerknall reingesetzt. Aber da kommt schon wieder der Breath of Fire. Magie immun und hinterher kann halt jetzt nicht gestankt werden vom Mountain King. Guckt euch, dass ein Widerschredder einfach down geht. So schnell. Wir brauchen Knights. Definitiv mehr Knights. Jetzt ein Knight, ein Spellbreaker, ein Goblin-Schredder. Das gegen Mass-Bären. Jetzt werden auch noch ein paar Driaden gepumpt. Also ein richtig guter Unit-Mix hier auch. Aus Bären, Mountain Giants und Driaden. Und bei Yumiko sehen wir einfach nichts. Das ist zu wenig. Und er sucht jetzt auch noch den Kampf. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Ja gut, der Donnerknall, der sitzt immer ganz gut. Oh, aber der Breath of Fire, beide Helden getroffen. Alle auch recht wenig Mana. Der Paladin muss jetzt sogar aufpassen. Nächsten Donnerknall reingesetzt. Schade aus, der Panda zu wenig Mana jetzt für sein Ulti hat. Also ich bin ganz ehrlich, liebe Zuschauer. Bei den Helden ist das natürlich... Äh, bei den Helden, bei den Pro-Gamern, würde ich sagen. Ist das natürlich so, dass die sehr taktisch spielen und ja, oftmals abwarten, nochmal zurückziehen. Aber ich glaube, Remind, könnte Yumiko jetzt einfach überrennen. Noch eine Hand gefunden. Also der Panda ist jetzt nahezu unsterblich. Hat seine Ultimate, die er nutzen kann. Und ja. Ihr kennt sie. Beschwört dadurch drei kleine Pandas. Davon muss nur einer überleben. Dann überlebt auch der Panda insgesamt. Setzt sich dann wieder zusammen. Und jetzt auch noch einen Ankh. Boah, da sehen wir den zweiten Knight endlich. Und da kommen die vier Bären entgegen angelatscht. Ja, Panda fällt jetzt mal. Steht aber gleich wieder auf. Keine Sorge. Aber das hätte er sich vielleicht sparen können. Und er lässt es zu, dass Yumiko zurück ins Spiel kommt. Und jetzt geht das Gelame los mit den Tanks. Und Yumiko macht hier den Go. Ja, es sind nur zwei Tanks. Die können da nicht so viel anrichten. Aber immerhin den zweiten Mondbrunnen schon down. Und Yumiko verschafft sich dadurch eine Menge Zeit. Ja, und da habt ihr den Spruch gehört. Baut mehr Mondbrunnen. War natürlich genau das. Was Yumiko erreichen wollte. Okay, jetzt mit dem Zeppelin die Armee hingeschickt. Ich hoffe, dass er einen Teleport dabei hat. Sonst könnte das ganz, ganz übel enden. Es sind nämlich auch eine Menge Driaden da. Und, oh, oh, der Zeppelin. Der ist zu angeschlagen. Da kann er die Einheit nicht mehr reinziehen. Ja. Kein Teleport dabei. Selbst schuld, kann ich nur sagen. Schöne Spiel. Gute Runde. Sehr, sehr gute Runde von Remind. Hat mal wieder gezeigt, wie stark Panda-only sein kann. Und wenn euch das Game gefallen haben sollte. Daumen hoch, bitte nicht vergessen. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Game. Euer Aram. Wir sind, Äthin. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.